Die Ziele von Provin und Sternregen sind meines Erachtens deckungsgleich. Wir haben einen Blick auf die Schwächeren der Gesellschaft und es ist uns einfach wichtig, mit der Verantwortung, die wir für das Land sehen, für die Menschen hier sehen, einfach das zurückzugeben, was wir an Möglichkeiten haben, um auch möglichst viele Menschen zu unterstützen.